Utthita Ekapada Janushirshasana ist die stehende einbeinige Knie zum Kopfstellung, eine Vorwärtsbeuge und Gleichgewichtsübung. Von der Stehhaltung ausgehend, hebst du einen Fuß hoch, du fasst mit den Händen um den Fuß und streckst das Bein aus. Und so bist du Utthita im Stehen und aufgerichtet. Du stehst auf Ekapada auf einem Bein und du bringst Shiasa, dem Kopf, zum Janu, zum Knie bzw. das Knie zum Kopf. Die Stellung ist fortgeschritten für das Gleichgewicht und sie entwickelt auch die Beinflexibilität in hohem Maße.